so ihr lieben willkommen zurück zu einer neuen volk amerika truck simulator da hinten sehen wir schön wie der nur wie sagt man sich gespäne holzspäne alles darunter fließt fliegt ja wie man es nimmt gut ihr lieben und wir haben jetzt auch einen auftrag gefunden wo man die nächste stadt anfangen können und das wäre hier die wollte ich ich wollte erst hier unten formen also hier oben wäre die eine aber überfahren erst mal hier unten wieder an also form eigentlich quasi fast die gleiche strecke zurück aber dann noch das dacuma dacuma nach dacuma machen oder bloß wie mal versuchen um zu lenken oder kann man irgendwie zurückschieben immer hier reinschieben hier ist ja ein krach sie wäre es auch immer noch dabei so noch einsteigen jetzt das ist sylvia und ich nicht so schnell nicht weil wir haben jetzt leeren hänger nicht dass da oben gibt und spiegel sieht noch mal noch schön die gigantische maschine das rumpelte buntbild ich müsste mal rausgucken mach alles gut na ja gut er liegt eigentlich ganz ruhig na jetzt nicht mehr nein nein jetzt nicht mehr langsamer langsamer von ich muss niesen oh mein gott entschuldigung leute ich musste niesen ja das kann man halt nicht verbergen in der nase koppelt hätte zwar das mikro stimmen schalten können aber naja wenn es koppels koppels kann man nix machen demnächst rechts abbiegen ach jetzt wird doch asphalt schön wie geht nach rechts ab demnächst rechts abbiegen fast verbeilt demnächst rechts abbiegen wie geht nach rechts ab ja doch richtig gut immer geradeaus geht der oder haben wir schon mal links rüber wenn ihr gut es dauert noch eine weile bevor man links abbiegen müssen aber wir gehen schon mal links rüber weil die guy ist hier nicht freundlich lässt uns nicht rein links halten und dann links abbiegen biege nach links ab biege nach links ab schönes häuschen schönes häuschen schönes häuschen Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Wir sind fertig. Ehrlich? Reifen. Mach doch den Link aus. So, wo müssen wir es abholen? Da hängen eine. Wollen wir gleich so? Nein, können wir nicht. Ach, echt jetzt. Wieso fahren wir uns denn? Warum sind die Einfahrten immer alle nur so eng? Fahr ich halt hier vorne rum. Na, vorderbar. Der Auftrag wurde erfolgreich gestartet. Oh, das ist auch schöner, auch fliege. So. Stopp. Wer von der anderen Seite war besser gewesen. Na ja, gut. Krieg mir schon hin. Ja. Ja. Wieso? Men. Ja. ytic. dissipation. Wäre Quer LinkedIn. Wieso? 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 das wollen wir ein bisschen zurück kommen wir ein nie warum denn ich wollte nicht fahren kann zeige so einfach wo nein das ist total fuckehaut Das war ich für Geld. Komm nie rein. Nie. Ach, die Kamera. Mensch, zeige ich mir doch. Ach. Fertig zum Losfahren. Okay, lass uns eine neue Route finden. So eine neue Route? Wir sind doch... Wir haben doch... Ich verstehe manchmal gar nicht. So... So. Äh, ja. So. So. Noch mal nach links. Um zu viele links. Da ist ein verkehrt. Wow. Wow. Wir stellen uns mal, Moment, das machen wir als Screenshot. So. Hm. Es tut mir leid, ich bin ein Kv. Was kann man als Screenshot machen? Wieso muss ich denn immer alles nur einstellen? Warum kann das denn nicht einfach so bleiben, wie ich das möchte? Wie ist das? So. Ich bin auch noch im LKW. Cool. So eventuell vielleicht so. 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 So eventuell, ne? Ja, sollte man nicht machen. Aber doch ein schöner Unfall. So. 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 jetzt haben wir eine andere strecke du dachten wir fahren die gleiche strecke zurück aber doch eine andere strecke da ich mich gerade ist gleich okay alles klar so aber es ist nicht Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh. Oh, es wird ja echt schön oder dunkel. Ja, gut. Oh, bisschen Fernlicht an. Sehen wir mehr. Genau. Wow. Oh. Oh. Bitte links halten. Jawoll. Bitte links halten. Ja doch. Jetzt links halten können wir uns doch nicht. Ja. 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 Sehr gut. Ah doch. Rechts halten und dann auswärts nehmen. Die Ausfahrt rechts. Rechts halten und dann links halten. Was denn nur? Rechts halten oder links halten? Das bieten nur. Links halten und dann links abbiegen. Wie gehen nach links ab? Jawoll. Wanns nur noch fünf Städte. Das haben wir Washington geschafft. Oh. Peter Peltel. Cool. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Oh. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Ehrlich, Helga? Danke, Helga. Danke, Helga. So, gut, dass Sie mal angekommen, Ihr Lieben. Wirken ein bisschen. Ja. Nichts. So, gut, Ihr Lieben. Somit bedanke ich mich für Ihr Zusehen, für Eure Kumpel, für Eure Likes, Mega Daumen an euch und allzeit gute Fahrt. Oh, tschüss. Tschüss.